Herzlich Willkommen zu den Sporttipps vom Sportbund Rheinland zu diesem Wochenende. Heute präsentieren wir euch die sportlichen Highlights von der anderen Seite unserer kleinen Baustelle im Haus des Sports. Im Hintergrund seht ihr unsere neuen Bürocontainer, die in den nächsten Wochen und vielleicht auch ein, zwei Monaten unser Zuhause bleiben. Starten wir mit American Football in der Regionalliga. Die Montabaur Fighting Farmers spielen gegen die Mainz Golden Eagles am Samstag um 16 Uhr. Anpfiff und Kickoff im Monstabor Stadion in Montabaur. Am Sonntagmittag um 14 Uhr geht es im Stadion Andernach zur Sache, nämlich in der zweiten Bundesliga des Frauenfußballs. Die SG 99 Andernach spielt dort gegen die zweite aus Hoffenheim. Um 15 Uhr geht es dann weiter in die Zugbrückenhalle nach Krenzau. Der TTC Zugbrücke Krenzau spielt gegen Bern-Neustadt um die Punkte in der ersten Bundesliga des Tischtennis. Und zum Abschluss natürlich auch wieder ein Aktivtipp für euch. Geht zum Taschenlampenkonzert ans Deutsche Eck. Am Samstagabend um 20 Uhr findet das Ganze in Koblenz statt und der Sportbund Rheinland ist dort im Rahmenprogramm mit von der Partie. Wir freuen uns, euch an der einen oder anderen Stelle zu sehen und sind dann nächste Woche wieder für euch da, wenn es heißt, die Sporttipps vom Sportbund Rheinland.